Servus Autofreunde und herzlich willkommen zu dem kleinen Video. Und zwar ist das jetzt ein kleines Video zum Nachtrag vom letzten Video, weil vor lauter, lauter, ihr wisst ja, ich war ja mit einem Kumpel unterwegs, habe ich natürlich die Hilfe vergessen. Und das machen wir jetzt mal noch auf die Schnelle. Wie ihr sehen, das Wetter spielt da wieder super mit. Irgendwie haben wir gerade voll Glück. Naja gut, also wenn ihr Lust habt, bleiben wir gerade dabei. Bis gleich. Also erstens sollten beim letzten Video jetzt ein paar extreme Wackeler und so drin sein. Tut mir leid, aber der Weg war wirklich ein bisschen actiongereift. War schon nicht schlecht das Ganze. Aber das habt ihr ja dann gesehen. Ja und am Schluss wollte ich eigentlich noch ein Fazit machen von dem Ganze. Das habe ich dann total vergessen und habe natürlich noch etwas ganz Wichtiges vergessen. Und zwar wünsche mir euch natürlich einen guten Rutsch ins neue Jahr. Von mir auch. Und natürlich nicht zu vergessen, ein riesen Dankeschön an die ganzen Abonnenten, die ich jetzt habe. Mit der Zahl haben wir eigentlich gar nicht gerechnet und ich ehrlich bin. Und das hat ja jetzt im letzten, naja, halb Jahr oder so, hat es ja ziemlich zugenommen das Ganze. Was ich eigentlich ziemlich geil finde. Deswegen immer schnell Abo-Knopf drücken, dass wir wachsen. Das freht uns halt wirklich ohne Ende. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie dankbar wir sind für sowas. Und wie uns das freht, weil das wir eigentlich gar nicht erwartet haben. Weil wie das ja so ist mit der Wanda-Videos und so. Demnächst gibt es auch noch mal ein kleines Mega-Video. Aber wie gesagt, das betrifft euch gar nicht. Weil ihr seid einfach die Geige-Community, die ich je gesehen habe. Immer wieder geil, die ganzen Kommentare unten drunter. Ich erwähne jetzt nicht alle. Das machen wir noch einmal im Neujahrs-Video. Weil das wäre jetzt zu viel, weil es regent hier. Und hier ist auch gerade ein bisschen was los. Ja, deswegen wollen wir das jetzt ein bisschen kurz halten. Weil das muss ich jetzt auch auf die Schnelle noch schneiden. Also noch einmal, wir beide wünschen euch ein schönes neues Jahr. Erstmal ein guter Rutsch ins neue Jahr. Nach dem schönen neue Jahr kommt noch her. Also ein guter Rutsch. Und noch einmal vielen, vielen Dank für eure super Unterstützung. Ich bin richtig happy damit. Ciao, bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Schatz. Hahaha Así Untertitelung des ZDF, 2020